Also, willkommen hier bei uns im Werk. Sie haben vielleicht schon öfter von uns gehört, jetzt freut es mich sehr, dass Sie es mal geschafft haben, zu uns zu kommen. Wissen Sie, wie schön es ist, wenn ein Kind gesund wird und sich freut, wieder heimzutiefen? Ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe das nicht ausgereiht. Ja, ich kann doch mal Nachschauen geben. Ich habe das nicht ausgereiht. Ich habe das nicht ausgereiht. No! Nachschauen Sie! Nein! Ich habe das nicht ausgereiht. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020